ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen technischen marktupdate den risikonovals gibt es natürlich wie immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und fangen mit dem nasdaq future an der index hat in dieser woche nach oben gedreht und kehrt auch wieder über das vor wochentief zurück das bedeutet dass es die chance gibt sich weiter zu erholen und vielleicht sogar auch wieder ein neues jahres hoch zu markieren wichtig ist aber dass das vor wochentief auch hält ich bin nach wie vor etwas skeptisch weil nach dem starken anstieg gab es eben nur einen leichten rücksetzer und eben keinen retest von diesem ausbruchsniveau und das bedeutet im falle dessen dass die verkäufer wieder druck aufbauen dann könnte der markt also noch mal in richtung 14.700 punkte abrutschen der deutsche leitindex der scheint sich in dieser woche weiterhin zu stabilisieren und zwar sehen wir dass mittlerweile auch die 16.000 punkte marke wieder zurückerobert wurde aber es gibt jetzt auch ein paar gewinnabgaben wichtig ist für das große bild dass diese unterstützung hier hält hat lange zeit immer wieder als zone gedient wo ja die käufe aktiver wurden und das war eben auch das sprungbrett um dann eben am ende auch neue rekordstände zu erreichen und diese zone wird dann eben auch wichtig bleiben entweder mit der verteidigung und dann auch die möglichkeit sich erneut zu erholen altes rekordhoch und dann das rekordhoch selbst sind die nächsten wichtigen widerstände je öfter getestet wird desto höher ist aber auch die wahrscheinlichkeit dass ein bereich nicht hält und dann könnte ja vielleicht auch eine stärkere gegenbewegung ausgelöst werden aber das wäre dann erst wenn die 15.860 16er marke nicht nachhaltig verteidigt werden kann euro dollar scheitert in dieser woche scheinbar erneut an dem widerstand bei 109 42 wichtiges zwischentief gewesen das nicht getestet wurde bei der unmittelbaren gegenbewegung jetzt haben wir hier vielleicht den dritten fehlausbruch und das bedeutet dass der euro wieder unter druck geraten könnte unterhalb des wochen vor wochentiefs würde es relativ schnell in richtung 107 87 gehen wenn sich der euro aber auf hohem niveau hält gegenüber dem dollar dann könnten wir vielleicht auch noch mal einen weiteren test sehen momentan versucht ja der markt sich aber eher ja erstmal oberhalb der 109 zu halten wir gehen rüber zu gold hier wird der kurzfristige abwärtstrend erneut durch tiefere tiefs bestätigt und der goldpreis steuert jetzt auf die 1900 dollar marke zu hier gab es eine wichtige unterstützung die wurde aufgegeben es gab einen retest und jetzt eben der erneute abverkauf und die nächste unterstützung wäre erst wieder bei 1870 dollar zu finden eine positive überraschung wäre wenn sich der preis im lauf der woche dann wieder über das vorwochen hoch zurückkämpft bei 1910 dollar aber auch dann wäre der markt immer noch anfällig für weitere rückgänge die öl sorte wti stabilisiert sich in dieser woche das sehen wir an dem langen unteren schatten und die zone zwischen 69 und 70 dollar ist also wieder ja im fokus das heißt die rückgänge hier in den vergangenen wochen wurden immer wieder als kauf gelegenheiten gesehen aber es kommt nicht so wirklich momentum rein und wichtig ist jetzt also entweder verlassen wir die zone über die 70 dollar marke um uns dann aufzumachen richtung 72 da gab es ja schon einen fehler ausbruch in der vergangenen woche oder wir sehen noch mal ein abdriften unter die 69 und dann könnte der markt sogar noch mal die 64 bis 65 dollar sehen wir gehen rüber zum bitcoin der markt hält sich auf hohem niveau und steckt eben in einer ja engen seitwärtsphase fest das alte jahres hoch und das wichtige zwischen hoch bei knapp 30.000 dollar also wir haben eine range von 1000 dollar und aus dieser range muss der markt eben ausbrechen wir haben einen langfristigen aufwärtstrend das heißt höhere hoch sind lang- oder mittelfristig zu erwarten wenn die seitwärtsphase auch nach unten aufgelöst wird dann könnte der markt relativ schnell in richtung 26.758 dollar fallen wem das ganze gefallen hat das gerne einen daumen da und ansonsten wünsche ich allen viel erfolg und bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal